Liebe Freunde, ich habe mir entschlossen, endlich einmal wieder einen Impuls auf meinen YouTube-Kanal zu stellen. Dieses Mal mit dem Thema Positiv bleiben. Mir stellen sich in letzter Zeit folgende Fragen. Wie kann es eigentlich sein, dass seit zwei Jahren das Wort Positiv so negativ besetzt ist? Positiv ist doch eigentlich was Gutes, was Schönes. Und mir stellt sich die Frage, wie können wir positiv bleiben angesichts der momentanen Situation, dass so viel Schlechtes in der Welt, in der Kirche, in unserer Gesellschaft passiert. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sich mit Menschen umgibt, die positiv gestimmt sind. Ich habe da wahnsinnig viel Glück. Ich lebe im Pfarrhaus mit meinen Praktikanten, mit dem Diakon Suresh Babu Kanamuri und mit zwei weiteren Männern und einer Frau. Und die möchte ich euch heute vorstellen. Der Suresh, der wollte leider nicht mit aufs Video, der ist mein Kameramann heute. Aber den stelle ich mal vor, wenn es auf seine Priesterweihe im Sommer zugeht. Im Hintergrund habe ich drei Personen, mit denen ich hier im Pfarrhaus lebe. Sie können nichts sagen, aber sie haben uns viel zu sagen. Da haben wir die Mutter Teresa, den Michael Patrick Kelly und Giovanni Bosco. Ladies first, fangen wir an mit Mutter Teresa. Sie ist laut Google nur 1,52 Meter groß, also eher klein. Und trotzdem war sie so eine große Frau, die Großartiges geleistet hat in Indien als Ordensschwester. Sie hat Arme unterstützt, Obdachlose, Leberkranke und Sterbende. Sie hat dafür sogar den Friedensnobelpreis im Jahr 1979 bekommen. Und sie hat es nie gescheut, den Menschen zu begegnen, selbst den Leprakranken. Und sie hat viel, viel Gutes getan und hat wahrhaftig christlich gelebt. Und sie hat mal gesagt, lass nie zu, dass sich in deinem Leben die Sorge so breit macht, dass du darüber die Freude über den auferstandenen Christus vergisst. Wahrlich schöne Worte. Ja, dann haben wir den Michael Patrick Kelly. Er ist in den 90er Jahren berühmt geworden mit der Kelly Family. Und ihm hat es an nichts gefehlt. Er war reich. Er hat am Tag tausend Fanbriefe bekommen. Aber ihm ist der ganze Erfolg zu Kopf gestiegen. Er ist am Leben verzweifelt. Er wollte sich das Leben nehmen. Und er ging dann für sechs Jahre in ein französisches Kloster. Hat dort Gott und sich selbst wieder besser kennengelernt. Und hat das Leben in Fülle wieder neu erfahren dürfen. Er ist jetzt wieder Solo-Künstler und begeistert mit seiner Musik. Viele, viele Menschen. Und er hat mal gesagt, also es gibt das Negative, aber dann auch wieder das Positive. Viele treten aus der Kirche aus, wenn sie von den Skandalen hören. Aber nur, weil es Christen gibt, die aus meiner Sicht nicht christlich handeln, heißt das nicht, dass der christliche Glaube an sich falsch ist. Ja, und dann haben wir hier noch meinen Lieblingsheiligen, den Giovanni Bosco, kurz Don Bosco. Ein italienischer Priester, der im 19. Jahrhundert viele Jugendliche in der Großstadt Turin von der Straße geholt hat. Jugendliche, die von ihren Eltern nie geliebt worden sind. Ihnen hat er es ermöglicht, Lesen, Schreiben und Rechnen zu lernen. Er hat ihnen ein Handwerk ermöglicht, dass sie ein Handwerk erlernen konnten. Und er hat ihnen gezeigt, dass Glaube, Gottesdienst und Gebet auch Freunde machen können. Noch dazu haben die Jugendlichen den italienischen Fußball kennenlernen dürfen, denn auch an Freizeit hat es bei Don Bosco nicht gemangelt. Allesamt drei positiv gestimmte Menschen, die das Leben hier im Pfarrhaus bereichern. In diesem Sinne wünsche ich euch auch, bleibt positiv, bleibt gesegnet und bleibt von Gott geliebt. Pfiat euch Gott! Pfiat euch! Pfiat euch! Pfiat euch! Pfiat euch! Pfiat euch! Pfiat euch! Vielen Dank.